Vor 30 Jahren traf sich eine Gruppe von 10 Biologen, Journalisten und Fotografen im Zoologischen Institut in Frankfurt. Die Biologiestudentin Ina Knobloch war gerade von ihrer Forschungsreise aus Costa Rica zurückgekommen. Sie erzählte von der tropischen Vielfalt, aber auch von der großflächigen Waldzerstörung in diesem mittelamerikanischen Land. Doch wie sollte eine kleine deutsche Initiative ohne finanzielle Ressourcen aktiven Naturschutz in Costa Rica betreiben? Mit dem Ziel, die globale Problematik der Tropenwaldzerstörung bekannt zu machen, entschloss sich die Gruppe, gegen die rapide Zerstörung der tropischen Regenwälder in Costa Rica vorzugehen, aber gleichzeitig auch zu vermitteln, welche Bedeutung dies für uns alle in Deutschland hat. Tropica Verde, der Verein zum Schutz tropischer Regenwälder, war geboren. Auf einem Versuchshektar gerodeten Landes in Northara auf der Nikuja-Halbinsel wurden heimische bedrohte Baumarten in Mischkulturen angepflanzt. Dort konnte gezeigt werden, dass im Gegensatz zu Teek- und Pochotte-Monokulturen auch eine ökologische und nachhaltige Holzwirtschaft möglich ist. Gleichzeitig wurden in Deutschland Vorträge gehalten und Schulungen im Rhein-Main-Gebiet durchgeführt. Lehrern und Schülern wurde vor Augen geführt, wie wir als Konsumenten durch ein bewussteres Kaufverhalten einem wichtigen Beitrag zum Erhalt der Tropenwälder leisten können. Ein Hilferuf aus der Karibikregion in Costa Rica erreichte dem Verein in Form eines handgeschriebenen Briefs. Ein 70 Hektar großer Primärregenwald und wichtiger biologischer Korridor zwischen dem Quecoldi-Indiana-Reservat und dem Naturschutzgebiet Gandoca-Manzanilio sollte verkauft und unwiederbringlich zerstört werden. Der Absender des Briefs, Thierry Mongel, bat Tropica Verde um Hilfe. Buscamos ayuda localmente y no encontramos y no sabíamos qué hacer y esa finca estaba como ya perdida. Y bueno, milagro, así como las cosas. Una semana antes de que empezaran los trabajos serios de deforestación tuvimos el contacto con gente de Tropica Verde y entendieron muy bien que esa finca era la llave de la protección de esta zona. Pero sin esa finca curre que está en el medio, que está sobre el filo principal, que es como la reserva de todas las aguas del bosque de aquí, el futuro de todos los alrededores estaba muy comprometido, ya podíamos ver qué pasaba. Als die Leute dann von Costa Rica zurückkamen und das vorstellten, was sie dort vereinbart hatten, waren die restlichen Vorstandsmitglieder hier erstmal quasi wie vor den Kopf gestoßen, denn wie sollte es finanziert werden? Der Erhalt dieses wertvollen Primärwahls war gesichert, die Finanzierung aber nicht. Mit viel Geduld und Überzeugungsarbeit konnten innerhalb von drei Jahren 100.000 US-Dollar gesammelt werden. Aber gleichzeitig kamen die ersten Gegenstimmen, die das Vorgehen Tropica Verdes als Öko-Imperialismus bezeichneten. Sehr früh stand der Verein auf der Kippe seiner Existenz und Glaubwürdigkeit. Es ist jetzt nicht so, dass wir da hingehen und sagen, okay, wir kaufen das Grundstück oder wir machen das, ihr richtet euch nach uns. Wir kaufen das Grundstück beispielsweise und umzäunen es. Das wäre so der klassische Öko-Imperialismus. Das wollen wir gerade nicht, denn es geht ja darum, dass die Leute vor Ort eingebunden werden, dass die Leute vor Ort sensibilisiert werden für den Umweltschutz, für den Tropenschutz und für die Schätze, die eben der Urwald, der Tropenwald bietet. Wenn die Leute vor Ort nicht eingebunden werden in die Projekte und nicht sensibilisiert werden für die Schätze, die der Tropenwald und die tropischen Regionen zu bieten haben, dann bringt das Ganze nichts. Vor allem die projektbezogene Einbindung der lokalen Bevölkerung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen mit sozialer Absicherung konnte jedoch alle Gegenargumente entkräften. Am Ende dieser turbulenten Zeiten waren schließlich alle Kritiker überzeugt, dass der Erwerb lokaler Landflächen die nachhaltigste Form des Umweltschutzes darstellt. Im Jahre 1994 stellte Heiner Joost, damaliges Vorstandsmitglied, erstmals Verbindungen zur Fundación Monte Alto her. Nachdem aufgrund massiver Abholzung die lokalen Bachläufe ausgetrocknet waren, die der Gemeinde in Ojancha als Trinkwasser dienten, war eine lokale Initiative entstanden, um die Region unter Schutz zu stellen. Nachdem in Ojancha wurde von 25 Jahren in Ojancha, was die Begründung angehterien und viele Begründung angehterien und viele Begründungen in Ojancha waren. Die Begründung waren sehr compacte, wir hatten auch ein Problem mit der Erwerb, wegen der Schaffung, aber auch wegen der Schaffung des Umweltschutzesen. Die Begründung waren die Begründung des Bordes des Räufs mit Vegetationen und die resten waren mit Begründung. oder ein paar Aktiener Agrarwäste. Was wir tun, ist mit den größten Schulen, die uns sehr nahe sind, die uns sehr hilft, in der conservationen. Wir diskutieren, wie die Wasser, die Ereignisse, die Universität, die Reforestierung, die den Berliner Wäste, weil sie die Zukunft der Böse sind, die die Landwirte sind. Die Landwirte werden, die Landwirte, die sie jetzt haben, und die Kunde in der Zusammenarbeit werden, wird dieser Projekt und die Gemeinschaft in der Gäste. In Deutschland arbeitet der Verein insbesondere mit dem Frankfurter Palmengarten eng zusammen. Im Tropicarium wurde im Bereich der Trockentruppen ein Monte Altobeet eingerichtet, das die Pflanzenarten aus der Projektregion widerspiegelt. Gemeinsam mit der grünen Schule des Palmgartens wurde ein Bildungsmodul für Schulklassen entwickelt, das die Bedrohung der Soldatenaras aufgrund der sich ausbreitenden Ananasplantagen thematisiert. Auch bei dem Wunsch nach CO2-Neutralität von Schulen hilft TropicaWerde. Ein Beispiel ist das langjährige gemeinsame Klimaprojekt mit der Frankfurter Gesamtschule IGS Nordend. Heute schreiben wir das Jahr 2019 und der Verein feiert mit knapp 400 Mitgliedern in Deutschland, Schweiz und Österreich sein 30-jähriges Jubiläum. Neben dem Fokus Umweltbildung sind bereits über zehn Schutzprojekte in Costa Rica erfolgreich umgesetzt worden. Unsere Artenschutzprojekte für den Erhalt der großen Soldatenaras starteten bereits vor mehr als 20 Jahren. TropicaWerde schätzt gezielt Brutgebiete, in denen Waldmandelbäume stehen, die als Nahrungsquelle für das Überleben der Soldatenaras von entscheidender Bedeutung sind. Ich hab die Verkaufs gesagt, dass die Bedeutung von dieser Bedeutung von Lappas, auf einem Pläne und Oberstdämmelbäume, auf einem neuen Projekten von Lappas und Röjungen von den Lappas-Verdes-Röjungen, In diesem Jahr konnten weitere 38 Hektar Land für die Erweiterung eines biologischen Korridors erworben werden. Dort werden Futterbäume für die großen Soldaten aus angepflanzt, um ihre Ausbreitung voranzutreiben. Bei der Finca Curé sprechen selbst Wissenschaftler von einem etablierten Juwel im Regenwald. Fast 30 Jahre nach der Unterschutzstellung ist der Wald in einem sehr guten Zustand und vernetzt zusammen mit angrenzenden Waldflächen zwei weitere große Schutzzonen. Der damals zeitweise ausgetrocknete Fluss im Schutzgebiet Monte Alto trägt wieder Wasser, worüber die einheimische Bevölkerung sehr glücklich ist. Die Menschen können 25 Jahre nach Beginn der Wiederaufforstung wieder durch dichte Wälder mit großem Artenreichtum wandern. Und die Bäche führen heute wieder das ganze Jahr über Trinkwasser. Im Projektgebiet gibt es ein Schulungszentrum für Schulklassen, Universitäten und interessierte Naturfreunde inmitten eines artenreichen Sekundärwalds. In dem einstmals kahlenen Talkessel hat sich selbst der seltene kleine Ameisenbär neben vielen hundert Tier- und Pflanzenarten wieder angesiedelt. Die Entstehung und Aufrechterhaltung biologischer Korridore ist neben Umweltbildung in Costa Rica und in Deutschland eines der Hauptziele des Vereins. Mit dem neuesten Projekt, der Reserva Kinkajou am Rand, des Braulio-Carilio-Nationalparks im Norden Costa Ricas werden derzeit wichtige biologische Korridore erhalten und renaturiert. Tropica Verde blickt heute auf 30 Jahre erfolgreichen Regenwaldschutz und Bildungsarbeit in Costa Rica und in Deutschland zurück. Wert und Meise Musik 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 Bis zum nächsten Mal.